Unsere Geschichte begann an einem Strand im Jahr 1947. Wir entwickelten uns. Stark, selbstbewusst und bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Bereit, unsere Last zu tragen. Zuhause und überall auf der Welt. Mit dem Blick nach vorn gründeten wir eine Familie, auf die wir zu Recht stolz sein können. Nachkommen mit dem gleichen, unerschütterlichen Charakter. Wie der Vater, so die Söhne. Nicht getrieben von Eitelkeiten oder Trends, sondern von dem Wunsch, sich nützlich zu machen. Bereit, einem neuen Jahrtausend mit Selbstvertrauen und Tatkraft zu begegnen. Daran hat sich auch heute, 65 Jahre später, nichts geändert. Weiter geht es. Above and beyond. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 én